Hallo meine Freunde und herzlich willkommen und ich wünsche euch einen wunderbaren, wundervollen, richtig geilen Tag und Abend und Morgen und wann auch immer ihr dieses Video schaut. So, heute, ja Leute, ich bin ja ein very honest man, ja, I'm a man of honest, of very honest, to be honest. Ja, und zwar ist es heute so, wir werden uns die Patch Notes anschauen, beziehungsweise die current PBE Changes, ja, es gibt ja der PBE Server, da wird ja wieder ganz viel gemacht. Eure Champions werden vielleicht gebufft, eure Champions werden vielleicht genervt, da gibt es viele Änderungen und natürlich tausend neue Skins. Allerdings, eigentlich hätte ich gesagt, ja, ich warte zu den nächsten Patch Notes, damit wir das alles gebündelt angucken können, aber, und deswegen bin ich hier honest an dieser Stelle, ich habe für heute kein Video und ich mache gerade Videos fürs Wochenende und damit ihr aber heute was habt, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, Tobi, schade, dass du heute nichts hochgeladen hast und wo ist das Video heute und, äh, toll, dass du heute was hochgeladen hast und schön, dass es heute da war, habe ich mir gedacht, wir können einfach ein bisschen uns gemeinsam hier die Zeit vertreiben mit den current PBE Sons. Und schauen uns einfach mal an und reden auch einfach ein bisschen über euch, über mich, ja, okay, vielleicht tun wir das nicht, vielleicht reden wir auch einfach nur über das, was dir passiert, aber vielleicht auch ein bisschen über Skins und, Skins, Götter und die Welt, so ungefähr. Das heißt, fangen wir doch einfach mal an. Hallo, ich bin Tobi, please to meet you. How are you? Euch geht's auch gut? Oh, das freut mich, wie war denn so euer Tag? Gut? Oha, meine auch. Ich hatte heute Rührei, was hat die Irren so? Bohnen? Tomaten? Pilze? Okay, Leute, lasst uns hier über Skins reden. Also, Cosmic Flight Anivia. Sieht ganz nett aus, tatsächlich. Diese Cosmic Skins, ich meine, an denen kannst du nicht wirklich was falsch machen, ne? Das ist quasi wie Toast mit Nutella. Das mag jeder, ne? Da hast du keine, die sagen, ja, nee, geht gar nicht. Einfach ist okayisch. Naja, als Anivia Main, die Wand sieht auch ganz cool aus, tatsächlich. Naja, kann man sagen, sieht so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie Spare Ribs, so, ne? So, grob ein bisschen. Ganz grob. Gut. Aber, sind wir ehrlich, niemand interessiert Anivia, ja? Ilaui, auch. Cosmic Invoker Ilaui. Ist auch schon, ich muss das Bild mal ein bisschen so. Cosmic Invoker Ilaui, das ist, man muss aktuell sagen, die Skins sind alle wirklich cool. Lass uns mal ehrlich sein. Es kommen ja gar nicht mehr so diese billigen Skins raus. Damals gab es ja immer so Skins für 675 oder so billige, ultra billige Skins. Alle Skins, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind aktuell 1150, ja, sind teuer, aber auch einfach ihr Geld wert, ne? Die Skins sehen cool aus, viele coole Veränderungen. Damals hattest du Skins, die haben 1150 gekostet und die sahen einfach aus wie Kacke. Und die Skins für 675, die konntest du, die konntest du nicht mal auf Ebay kleiner zeigen loswerden. Also, ne? Die sahen schon wirklich scheiße aus. So, was ist das hier? Nami. Cosmic Destiny Army. Ja, cool. Cool, 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 cool. Oh ja, da ist aber nicht viel. Da ist aber eine dünne Welle hier. Ja, so ein bisschen Cosmic Anivia. Sieht aber auch cool aus. Ich mein, Cosmic Namivia, Nami. Das sieht richtig cool aus, Splashards. Wie findet ihr Splashards, Leute? Interessiert euch das überhaupt? Oder sagt ihr, ne, interessiert mich überhaupt nicht, weil sieht man ja in-game eh nicht. Es gibt ja immer Splashards, die sehr geil aussehen. Aber bei Nidalee, ich mein, das sieht ja schon sehr cool aus. Das könnte man sogar als Hintergrund nehmen. Das ist schon very, very cool. Auch der Löwe hier, Leute, der Panther, sieht insane aus. Sind wir mal kurz ehrlich. Sieht aus wie aus WoW oder so, aber sieht schon cool aus, finde ich. Es ist nicht mehr ganz offensichtlich, ob es Nidalee ist, aber es ist schon cool. Hackerim. Cosmic Charger, Hackerim. Oh, die haben alle so Cosmic Namen. So Cosmic Charger, Cosmic Huntress, Cosmic Destiny, Cosmic Invoker und Cosmic Flight. Guti, 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 Guti. So, dann haben wir noch den Varos. Varos ist ein Grieche, Cosmic Hunter. Ja. Ich meine, ja, Varos sieht auch ziemlich cool aus, aber Cosmic, ähm, Wladimir, Leute, auch super cool, muss ich sagen. Wobei Wladimir echt mittlerweile ziemlich viele coole Skins hat. Der sieht auch nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsskin wäre, aber der ist schon ziemlich cool. Cosmic Scarner. Und hier kommen wir, Cosmic Sting Scarner möchte ich highlighten. Und hier kommen wir erstmal nach Splash. Das sieht sehr cool aus. Sieht ein bisschen aus wie aus Skyrim, diese Zwergenmaschine oder so. Und hier möchte ich highlighten, oh, jetzt kommt noch Dark Cosmic, Leute. Dark Cosmic Lissandra. Sieht, Dark Cosmic ist, glaube ich, ich meine, ist fast dasselbe. Ist ein bisschen lila, ne? Ne, ist auch cool. Wie viel kommt denn jetzt noch? Prestige, guck mal, wie viele Skins jede zwei Wochen auf uns zurasen, Leute. Prestige, Stargardians, Soraka. Gab es eigentlich schon mal viele Midlaner als Prestige? Naja, gut, Lux, aber Lux ist ja auch irgendwie, ne? Aber ich meine so für meine Champions, naja, Fizz, aber das war auch so ein Knuddelfizz. Ich hab, ich hab ne Verdächtigung. Ist es so, okay, ne, weiß nicht. Also ich hab gar keinen Prestige-Skin, glaube ich. Ich hab goldene Skins, die sind aber nicht Prestige, aber die sind, ich, von damals noch so, Golden-Katharina oder sowas. Ist quasi Prestige, steht nur nicht Prestige dran. Ist Prestige drin, steht aber nicht drauf. Aber, es ist eigentlich so, ich frage einfach mal, dass gerade Frauen legen ja mehr Wert aufs Äußere, ja? Zumindest was Charaktere angeht. Deswegen spielen sie ja auch meistens auch Frauen, weil sie hübsch sind, die Frauen. Hübscher als die Kerle. Die Kerle sind so, so irgendwelche hässlichen Sions und sowas, ne? Kann ich verstehen. Absolut, ne? Und jetzt ist halt die Frage, so diese ganzen Prestige-Skins, das sind, kommt mir so vor, meistens für so Frauen, oder? Vielleicht kommt mir das auch nur vor, so Lux, Soraka, Senna und so, ich weiß die jetzt nicht mehr alle hier, Lux noch und Lux, vielleicht noch Miss Fortune oder sowas. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht, Leute, das ist auch nur ne Vermutung. Hab ich doch keine Ahnung von, ich weiß doch nicht, wovon ich rede. Gut, Cosmic ist ja auch No Front, No Hate, ne? Ist ja, selbst wenn das so wäre, wäre ja nicht schlimm, ist ja okay. So, Cosmic, aber was cool ist, ja, dass alle immer mit Komas kommen. Und die Komas, muss man sagen, Leute, naja, okay, bei Hackerim sieht ein bisschen aus wie Power Rangers, muss ich sagen. Aber, Leute, lasst uns das Ganze mal skippen, das interessiert ja keinen. Was uns wirklich interessiert, ist das hier. Leute, Holy Swag Woli. Finde ich mega geil, finde ich richtig geil, finde ich ultra geil, finde ich ziemlich geil. Der ist so ein... So, geht's hier weiter? Der hier ist super cool, der ist nett. Der hier ist schon wieder richtig geil und der ist voll toll. Also, Leute, wie geil sehen die Scanner-Skins denn bitte aus? Da bin ich ja sowas von in. Also, die, da freue ich mich drauf. Da werde ich mir auch direkt das ganze Paket kaufen. Das hier All-in-One Cosmic, äh, hier, äh, Front-Paket. Ich muss auch mittlerweile sagen, ich bin momentan nicht mehr so der Fan von Skins, sondern von Komas. Ich liebe Komas. Komas sind mittlerweile einfach unglaublich geil. Und das seht ihr auch hier bei Varos dem Griechen. Guckt euch diese Varos-Komas an, Leute. Wie cool sieht denn der Bogen aus und alles? Das sieht richtig, richtig cool aus. Was ist so euer Lieblings-Chroma? Ich glaube, Weiß und Türkis und so sieht immer cool aus und Rot. Ne? Also, auch das sieht richtig, richtig cool aus. Was haben wir hier? Vladimir. Vladimir sieht jetzt nicht ganz so speziell aus. Der sieht relativ... Naja, es ist okay. Aber es liegt vielleicht auch dran, dass die Kugel da überall nicht bei ist. Gut. Weiter. Further in the text. Lass mal jetzt hier durch hier. Lass mal zu Änderungen gehen, ne? So. Änderung, Leute. Amumu. Amumu ist gerade Bron, deswegen wird Amumu genervt. Macht mit seiner W. Das ist natürlich extrem krass mit Sunfire zusammen. Deswegen ist er auch so broken. Lecker Tee, meine Freunde. Boah, ist haufenweise Zucker drin. Also nicht direkt Zucker, sondern dieses... So Vitamin-C-Zucker. Aber ja, ist halt trotzdem Zucker. Ja. Also macht weniger Schaden und scales schlechter mit AP. Ist auf jeden Fall fein. Galio kriegt jetzt scales mit Ability-Hast. Seine Passive. Das ist auf jeden Fall cool. Ist nett. War, glaube ich, vorher aber auch schon so, oder? Und deswegen steht hier auch properly. Ne? Weil es jetzt ordentlich funktioniert. So, dann haben wir... Hekarim. Hekarim ist gerade auch sehr, sehr strong. Weil er die ganze Zeit... Ne? Es gibt natürlich einige Champions, die mit den neuen Mythic-Items komplett radieren. Und deswegen wird auch er ein bisschen reduziert. Das heißt, er bekommt weniger AD durch Move-and-Speed. Und auch sein Super-Charge wird ein bisschen das Move-and-Speed gereduziert. Ne? Ihr könnt mir außerdem super gerne mal sagen, was ihr gerade so am liebsten spielt, ne? Ob ihr sagt, ja, hey, ich hab... Dieses Item hier ist mega geil. Oder ob ihr sagt, ja, ich bin eigentlich Darius-Main. Aber jetzt in der neuen Season macht mir Luv schon mit den neuen Items richtig Bock oder sowas. Kayle wird ein bisschen genervt. Kayle ist gerade auch extrem stark. Vor allem mit diesem ganzen Rageblade-Krempel da oben. Ne? Rageblade wird gerade auch auf Jesu sehr, sehr viel gespielt. Dann haben wir Samira. Oh, ich wollte gerade Senna sagen. Samira, Leute. Senna ist der schlechteste Champion. Nochmal ganz kurz. Merkt euch das nochmal. Packt das mal, diese Information. Greift sie mal bitte jetzt. Sie liegt hier im Raum, greift sie. Und tut sie mal irgendwo hinten in so eine Schublade. Das ist keine wichtige. Also, man sollte es wissen. Aber, ne? Ist jetzt nicht so, dass ihr da irgendwie groß Wert drauflegen solltet. Also, ne? Aber Senna ist scheiße. Gut. Aber Samira wird auch ein bisschen genervt. Tatsächlich hat jetzt weniger Base-AD-Scaling. Auf ihrer Passive. Und der Dash-Range. Äh, die Dash-Range zum Immobilisieren wurde verringert quasi. Das heißt, vorher war es... Also, es ist jetzt... Im Early-Game ist es deutlich weniger. Im Late-Game ist es fast dasselbe. Von 1000 auf 69. Aber im Early-Game spürt man schon. Aber da hat man jetzt meistens auch nicht so viele Dash-Dinger. Aber da kann man das ein bisschen... Das Early-Game ein bisschen reduzieren. Weil sie manchmal im Early-Game ja sehr stark, wenn du einen richtigen Duo-Mate auf der Bot-Land hast, sehr stark ausrüsten kann. Trunne-Meer ist natürlich gerade sehr schwach. Deswegen wird Trunne-Meer gebufft. Ja, er skaliert ja richtig schlecht mit Crit. Und deswegen kriegt er jetzt mehr AD durch seine Passive. Was super cool ist. Und er kriegt mehr AD durch seine Passive. Aber das eine ist natürlich direkt. Die bekommt er einfach zack obendrauf. Und das andere ist Mythic-Health. Und das muss man sagen, ist schon saftig, Leute. Saftig. Das ist schon ordentlich. Varus. Hilfe. Detonating. Oh, das ist was Neues. Das habe ich noch nicht gelesen. Leute, neue Reaktion. Live. Detonationing Blight on Champions and Epic Monsters reduces Basic Ability Coulons bei 12%. Das ist ziemlich cool. Das heißt, man kann, glaube ich, hier... Drei Stacks kann man drauf machen. Waren das nicht mal mehr? Waren das echt nur drei? Okay, drei Stacks kann man drauf machen. Man kriegt pro Stack 12% on Basic Abilities. Das heißt, nicht on Ultimate, aber ist schon cool. 36%, das scheppert rein. Wenn du da ordentlich CD-Items auf den Ball baust, könnte das noch ziemlich krass dazu ausrasten. Vielleicht. Potenziell. Vielleicht ist es auch nicht gut. Ja. Chain of Corruption. Naja, aber da wird sich irgendwas schon... Da wird schon irgendwas entdeckt werden. Chain of Corruption Missile Speed Loud. Oh, das ist aber... Das finde ich nicht gut, Leute. Das finde ich nicht gut. Also von 1,95 auf 1,5 ist schon eine harte Reduzierung, ja. Also 1,2 wäre gigalangsam. 1,5 ist noch gerade okay. Gut, Emberknife wird ein bisschen Omni-Vamp weggenommen. Dafür ist jetzt die Reduzierung vom AOE nicht mehr da. Das ist okay. Das ist bei dem anderen Jungle-Item das gleiche. Phantom Dancer wird reduziert. Der Preis allerdings Debuff Duration. Ne, Debuff Duration... Beziehungsweise Phantom Dancer ist ja jetzt ganz anders. Falls ihr euch fragt, was ist denn überhaupt Phantom Dancer jetzt? Phantom Dancer macht quasi... Dass ihr... Wenn ihr jemanden angreift, dann bekommt ihr Movement Speed und ihr könnt Stacks sammeln, ja. Das heißt, wenn ihr 5 Mal jemanden angegriffen habt, dann bekommt ihr Spectral Walls und dann bekommt ihr 40% Movement Speed, äh, Attack Speed. Was schon krass ist. Ja, ihr könnt durch Gegner durchlaufen, seid ein bisschen schneller und bekommt so viel Attack Speed. Ich denke, irgendwann, aktuell wird das Item noch nicht gebaut werden, aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo die Leute sagen, ja. Ghost, äh, Phantom Dancer auf diesem Champion, broken. Träne wird ein bisschen gebufft. Das heißt, ihr habt mehr Mana am Anfang und maximale Stacks. Okay, das ist ein Buff, maximale Stacks vom Lord. Ja, doch, es ist schon... Ja, hm, ja, es ist... Du kriegst 90 dazu, aber verlierst hier fast 200. Also, naja, hm. Also das Early Game, Early Game Buff, Late Game Nerf, muss man sagen. Das heißt, im Early Game hat man ein bisschen mehr Mana zur Verfügung. Finde ich, ja, weiß ich nicht so. Finde ich nicht gut, die Änderung, weil, wenn ich ehrlich bin, ist es doch perfekt, wenn ein Champion im Early Game noch nicht unendlich Mana hat und dir nicht alle Spells auf Cool dann entgegenwerfen kann, oder? Gut. Archangel Stuff, Mana, kriegt er hat allerdings dann wieder 100 Mana mehr. Das ist dann wieder... Das ist dann relativ okay. Na, das ist relativ okay. Also, wenn man das komplett wieder auf Archangel hat, dann gleicht sie das aus. Bis dahin hat man aber so eine kleine Strafe, sag ich mal. Gut. Seraphs Embrace, bla bla bla. Mana Mune kostet, hat ein bisschen mehr Mana. Das sind natürlich die ganzen Mana-Items, die jetzt da hinten dran hängen. Hier, jetzt kommen wir zu den wichtigen Änderungen, Leute. Hextech Rocket Belt. Das Item ist gerade zu stark und muss genervt werden. Das heißt, der Schaden wird hier reduziert von 200 auf 175 und von 300 auf 250. Tut weh? Würde sagen, ist aber nur noch sehr weibel. Dass das Movement Speed hier reduziert wird, tut allerdings auch weh. Ja, finde ich, weiß ich nicht. Natürlich ist auch hier die Frage, was ich mich frage. Der Damage ist jetzt vermutlich derselbe wie bei Night Harvester. Und ich habe gehört, dass Night Harvester auch genervt werden sollen. Night Harvester sehe ich aber gerade noch nicht. Aktuell, auch wenn viele das nicht denken, ist Protowelt besser als Night Harvester in den meisten Situationen. Aber mit diesem Nerf wird sich das sehr wahrscheinlich ändern. Blade of the Rune King wird etwas, hat mehr, kostet mehr Gold und hat weniger Attack Speed. Das heißt, ein Doppelnerf, ein klassischer Doppelnerf. Essensorial gibt mehr AD und ich muss auch sagen, Leute, 40 AD auf Essensorial fühlt sich auch echt unangenehm an. Sind wir mal ehrlich, ist wirklich unangenehm. Cosmic Drive, mein Lieblings-Item. 75 AP, finde ich cool. Darauf ein Schluckchen. Oh, ist das süß. Also, finde ich mega cool. Rift Maker. Rift Maker ist dieses Item, was euch nach einer Zeit True Damage gibt. Und hier wird die Damage Amplifyung von 3% auf 2% reduziert. Das tut weh. Das ist aber auch ein sehr starkes Item, gerade auf Akali und Mordekaiser. Tut weh. Demonic Embrace, das ist das Dot-Item. Das wird, hier wird der Dot-Effekt reduziert. Finde ich, finde ich genau gut. Finde ich absolut gut. Moonstone Renewer, das ist ein Support-Item. Das gibt jetzt quasi weniger Heal-Amplifier. Statt 150% nur noch 100. Und ein bisschen weniger Base-Healing. Von 60 auf 90. Ne, stopp. Increased sogar. Cool. Leute, ich bin ehrlich. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll, Moonstone Renewer. Ist das ein Mythic-Item? Ich habe keine Ahnung. Ja, scheint es zu sein. Ich weiß, dass es Shurelias gibt auf Supportern. Und so ein Sieg ist oder sowas. Und so ein Schild. Aber keine Ahnung, was ein Moonstone Renewer sein soll. Gibt es, ist das jetzt neu? Ist es jetzt in den Trends? Was soll das sein? Wo kommt es her? Ist es made in China? Keine Ahnung. Aber es heilt jetzt mehr. Aber es gibt weniger Heal-Amplifier. Gut. Haben wir das geklärt. Loons Tempest. Loons Tempest ist gerade auch relativ stark. Deswegen scale es jetzt weniger mit AP. Und gibt weniger Movement Speed. Das gibt Movement Speed? Ja, verrückt. Guck mal. Habe ich auch noch nicht einmal gebot die Season. Ich habe mich auch noch nicht durch alle Items durchgegraben. Bin ich ehrlich. Aber ich habe mich für wenige Champions viele Sachen ausprobiert. Ja, jetzt nicht auf viele Champions viele Sachen, sondern auf wenige viele. So. Gut. Dann haben wir Krakenslayer. Das ist das Adi-Item. Das ist aktuell sehr beliebt auf Adi-Carries. Tatsächlich wird trotzdem nochmal gebufft. Hat jetzt quasi von 60 auf 65 AD mehr. Und der Proc-Damage wird increased. Und zwar. Auf Punkt 4-5% Base-AD. Also Krakenslayer. Klar. Adi-Carries. Ihr wolltet einen Buff, Leute. Ihr wolltet einen Buff. Hier kriegt ihr einen Buff. Krakenslayer. It is. Finde ich sehr gut, dass die Krakenslayer buffen und nicht Schildbau bauen. Weil Schildbau mag ich gar nicht. Der ist richtig eklig. Eclipse ist gerade auch sehr, sehr stark. Waren auch viele Adi-Champions. So was wie ein Jin oder eine Senna. Eclipse wird der Cooldown erhöht von 6 auf 8. Das ist sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch Brawlers. Auch sehr schön. Für uns Adi-Assassin, Leute. 5 mehr AD. Die nehmen wir an. Die nehmen wir an. Die nehmen wir an. Die nehmen wir an. Die nehme ich an. Schön. Das freut mich. Das sind auch die Änderungen. Es gibt hier nicht groß viel mehr. Klar. Waren jetzt, Leute. Ganz ehrlich. Wie gesagt. Also ich weiß nicht so, dass ich sage. Wow. Ich muss hier unbedingt ein Video zu machen. Aber ich dachte mir, es wäre echt schade gewesen, wenn wir uns heute, also ihr, also du und ich, uns nicht mehr gesprochen hätten. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir uns nochmal reden, auf ein Wörtchen, auf eine Tasse Tee quasi. Und dabei ist es quasi, es ist wie ein Date. Wir hatten quasi ein Date. Es ist egal, worüber wir reden. Wichtig ist nur, dass wir reden. Und das haben wir getan. Und deswegen wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Abend. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Ich habe euch lieb.